Kömpf, die starke Gruppe rund ums Bauen, Renovieren und Leben. Mit der größten und schönsten Gartenausstellung in Süddeutschland. Es erwartet Sie eine Riesenauswahl an Natur- und Betonsteinen, Gartenhäusern und vielen Accessoires rund um Ihren Garten und Terrasse. Die größte Parkett-Laminat- und Korkbodenausstellung in der Region Stuttgart. Mit über 500 Mustern und weiteren beeindruckenden Ausstellungen, zum Beispiel für Türen, Glastüren und Arbeitskleidung. Wir sind der beste Baumarkt und Baustoffhandel beim neutralen Test des Single Finger Kundenbarometers. Untertitelung des ZDF, 2020